Bitte begrüßen Sie die zweite Einlaufgruppe auf dem Eis. Bitte begrüßen Sie den nächsten Läufer aus Japan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aus Japan, from Japan, Goshira Shimada. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Wertung bitte. Koshira Shimada aus Japan erreicht mit seinem Kurzprogramm 79,57 Punkte und belegt damit aktuell den dritten Platz. Koshira Shimada aus Japan hat in seinem Kurzprogramm 79,57 Punkte und belegt ihn jetzt in dritten Platz. Bitte begrüßen Sie den... Bitte begrüßen Sie den... Bitte begrüßen Sie den... Please welcome the skaters of the second warm-up group on the ice. Adam Siyohim Fa. And from the United States of America, Luca Broussard. Skaters, you have six minutes time for your warm-up. Skaters, you will increase youraris. Mares, you have six minutes time for your Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte begrüßen Sie den nächsten Läufer aus Japan. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Koshira Shimada aus Japan erhält für seine Kür 167.86 Punkte Insgesamt erreicht er damit 247,43 Punkte und belegt damit aktuell den ersten Platz. Applaus 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 Applaus